Dann wird es ja schon spannender jetzt. Das ist ein bisschen wie ein Ärger, ein bisschen kettig. Wie viel bin ich heute? Aber man kann flattern. Sieht ja gut aus hier. Ja, ja. Nur einen Mülleimer gibt es hier wieder nicht, ne? Achtet auf euren Müll und hier an den Bänken gibt es keinen Mülleimer. Ja. Hier raufsetzen. Das ist das Gute, wenn da dann kalt ist, dann setze ich auf und mache so ein paar Bewegungen. Ja. 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 Nein, die ist noch lose. Hast du den Sender noch nicht von... Nein, wenn er heute kommt, bringt er ihn vielleicht mit. Ich habe ja noch eine halbe Verlängerung, dann löte ich die da ran, die andere Verlängerung sozusagen. Dann habe ich auch wieder von meinem großen Copter einen. Hast du zufällig welche davon mit, von den Verlängerungen? Nein, ich habe eigentlich gedacht, dass du schon welche hast. Nein, das war so, ich konnte eben nicht reden. Äh, der... ... ... ... ... ... ... ...